ja hey willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zu let's play tales of graces f ja ich weiß wir haben noch eingenehmen quest ist offen und ich weiß ich habe mir glaube ich irgendwas vollkommen anderes vorgenommen im letzten part oder am ende des letzten parts aber ich habe mich jetzt mal spontan erschlossen einfach mal richard zu erledigen ja bei einigen weiß ich gar nicht wie man noch weiterkommen da aber ich meine wir sind vorbei ich lass mal den schwächkeitsrat auf kaos obwohl ich mir sehr sicher bin es wert aufgehen werden aber egal jedenfalls es kommt der final kampf seid ihr bereit ich glaube ich noch eine minute um euch vorzubereiten ok weiter geht's dann gucken wir mal auf ja gegen richard schrägstrich lambda chance haben los geht's wahrscheinlich zu diesem punkt gibt es kein zurück mehr bist du bereit ja dann wird es auf kaos nicht schaffen aber ich habe einen schwächkeitsgrad unterstellen solange wir nicht unterschwergehen bin ich noch zufrieden jetzt geht es ans eingemachte esbel i'm warning you for the last time don't interfere don't do this richard don't you understand what land is trying to do yes of course land is will is also my will land us hopes are my hopes so soon we will become the very world itself and then our ideals will become reality this miserable little world has been most unkind to us indeed but now we can remake it what kind of place is your ideal world and what price will you pay to attain it once we join forces with the world we shall eliminate the source of all selfishness and pain and that source is humanity humans are sad unthinking creatures who fight and kill to appease their endless desires the very existence of humanity is the worst crime of all wouldn't you agree eliminate pain by destroying humanity but what happens after that what do you plan on doing once you're all alone you're wrong richard this is not the way to eliminate pain you help me recover when i was banished from my home and i was so happy to have a friend like you richard don't do this you have kindness and that's enough to bring peace to this world that's enough but now he's ready to go on now he's ready to go on this energy is incredible is this the force of the elf do you understand how powerful we have become or would you like to attempt to explain it to you my dear as well unfortunately it is impossible for you to stop us now because the inevitable truth is you are about to die by our hand oh god 420.000 and will ich ging eher als richard der alles es geht um es wird zu bekämpfen ist die tragöde unausweichlich erst einmal 102 in der mechanischen eine gute idee war warte mal sollte gleich mal dazu dass ich mir hier aufmachen sagt aber er wird noch gestand hat schon mal gut und man nur noch wie viel schaden er macht weil es so einfach sei da kann ich ja auch nicht werden wir haben schon 40.000 abgezogen mit mich sagt und sagt und sagt und sagt der sagt noch gut ich habe jetzt auch extra ein gutes team auch schon curry verballert er bringt 2 curry kriegte reingepackt wie bei dafür da sind wieder zu beleben und sonst wächst aber was anderes braucht man nicht im verdammten power im verdammten helfe so unten ist ja auch wer ging auch trotzdem aus dem hol warte mal habe ich überhaupt alles okay ich wollte schon sagen ich habe alles eingestellt ja gut wenn ich nicht schon auf gott wird tränke ist leben vor da ja so viel dazu erinnern gericht er ist nicht schlimm da noch nicht so ungefähr dass man mal wir müssen doch schon ja so ist mein gott ich denke ich bin um siegbar aber das ist zum teufel war dann so viel okay so gefühl ich muss den schwächkeitsrat unterstellt weil wir haben keine chance obwohl ja genau und alles teile benutzen nein jetzt übertreibt es nicht also hier links zirkel und so weiter da kannst du alles erstmal weg ballern brauche jetzt kein schwein ja gut so dieses chariot tot mein gott wir haben die hälfte abgezogen die ganze zeit auf dem maul alles gut oder ja wir leben war man halten also wenig aus außer es naja ich glaube den schwächkeitsrat muss unterstellen wir haben oh nein jetzt habe ich auch diesen scheiß status ja welchen dagegen machen na ja schönst dann ja warum da ist so verdammt noch mal richard an oder fast tödlich nein 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 hiergeblieben da ist voller rettungsgerufen das ist gut danke ich kann gar nichts machen stimmt nein nur jetzt kann ich das machen und ein bisschen nova ich sag alle sind wieder am leben alles ist gut ouch wehgetan alter viel angriff abzieht aber es ist gut so ist nicht nur die arzt einlecken der angriff auf jeden fall soll ich noch einsetzen die finale kam also möchte ich mal überleben einige angriff aber danke jetzt kommt auch weniger schande zu lösen ja geil ganz am ende einsetzen sollen ich bin bei einem freckenheit mich mal jemand war hiergeblieben ich habe alles teil hat vollgebracht hiergeblieben wir haben wir haben erst die elf gut hier wird jetzt mal ein bisschen länger dauern kann aber egal aber ich will ja auch ein das ist gut ich sterb dadurch ja oh mein gott Pascal nein genau also Pascal wenn man näher dran dann erstmal versuch mal mit arzt und zu retten ich glaube das bringt es nicht so ne das kommt schon dicke 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 denn ja aber jetzt überleben wir gewissens dank den als teiler ja naja mein gott wenn beide von euch sterben ist das richtig scheiße ist ja eigentlich erkennt nicht beide sterben ist aber beide wieder ablehnt glaube ich sag mal chariot wie lange brauchst du eigentlich den scheiß zauber zu aktivieren ich habe doch schon vor als ich wie lange gesehen wie du ihn zauber schon angewendet hast man wollte ich nochmal auf chaos spielen wer war ich stark war du sollst nicht eruption einsetzen sollte jemand wiederbeleben was machst du eigentlich da ja strategie oft wenn ich mal einigen sitzen sollen auch egal oh mein gott ich ich gehe langsam mit dem zauber vernerven ja auch damit aber aber jetzt nochmal da war doch sieben noch wacke tot stand jetzt beide da oder ich will mich ja wie ein ziel jahrs letzten kampf zurückversetzt sowie stehe auch hat so ich habe in der luft gestanden den anruf bringt auf jeden fall mein gott hilfe ich habe doch malik mitnehmen sollen er könnte schön mit zauert auf anzugreifen hat bringt es nicht wollte ich zum heilen aber schon wieder in der luft am stehen tut er immer noch wie der typ und ich war dafür lange für das ausgebilden nation nur dunkler na na ich weiß das war kein nova durchsprechung naja hör auf damit ich habe auch gleich kaputt ne aua aua cherry macht irgendwie nicht was ich will naja ja okay wir sind tot ma so ich bin ja auch nicht mal dazu dazu habe ich mich auch kauft mich eigentlich mal hat wir auch bin ich gesprungen wie auch springe ich noch nie gesprungen die greift den an die greift er einfach an die ganze zeit man soll sie nicht machen oh mein gott ich sehe schon was hier im fehler mache so die sie mich die ganze zeit heilen obwohl sie von anderen hier wieder blieben soll immer dieser angriff ja gut dass du jetzt jemanden wieder belegen ich finde es sehr schön danke danke das show ich war mal jemand anderes los kommt mal wieder das ist irgendwie besser leute wieder zu leben und erzieht voll direkt auch so viel ich halte nie aus das kommt ein stück druck danke ja vor unnötig spannende jetzt gleich auch wieder im modus auch wenn das schon final ist und soll doch spannend sein und bitte halt rot nein wieder auf mich aber du kannst wieder machen warum nur auf mich auch gott und besiegbar wenn diesen angriffen stimmst du daran ist also wir können schon mal sagen das ist noch nicht wahr danach kommt noch was das war der letzte schlag auch nicht danke das war der erste kampf kälte resistent gut zwar natürlich unnötig schwierig aber so mag ich bin ich bin Es ist unmöglich! Wie können wir uns verlieren? Das kann nicht sein! Lambda, bitte! Du musst mich hören! Du musst Richard gehen! Richard und Lambda wurden zu lange verbunden. Vielleicht können sie nicht mehr separiert werden. Ich glaube nicht! Asbel, ich wusste irgendwie, dass du mich aufhörst. Ich habe einfach... Ich wollte niemanden glauben. Ich wollte nicht wieder aufhörtern. Wieder wieder. Es ist besser, dass alle Menschen sterben, stattdessen zu sterben. Es ist besser. Ich dachte... Ich wollte alle Menschen sterben. Aber dann... Ich wollte einfach jemanden... Hilfe mir... Hilfe mir... Hilfe mir... Es ist nicht so, was es? Es ist nicht so, was wir kämpfen? Ich wollte immer noch, dass du mich schützen willst. Ich wollte niemals dich kämpfen. Ich würde dich nicht abhörtern. Ich würde dich nicht abhörtern. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund! Also... Woher Genau... Du kannst mich immer wiederholen, dein Freund. Danke, Asbel. Ich wünsche, dass ich es besser gesehen hätte. Ich wünsche, dass alles anders aussehen würde. Aber es ist zu lange, jetzt. Es ist alles zu lange. Es ist nichts mehr zu tun, jetzt. Meine Gefühle sind mit der Gefühle, mit der Gefühle. Und jetzt kann ich nicht mehr davon erzählen. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich bin Angst, dass ich alle zu töten. Aber bitte, bevor Lambda erhebte, du musst mich zu töten. Ich bin erst. Richard, nicht aufhören. Das wird nicht passieren. Warte mal. Was das? Lambda? Und? Hurry, Asbel! Ich versuche ihn weg! Aber ich habe gesagt, du musst mich töten! Hurry! Richard! Nein! Nein! Lambda... Es endet hier! Ich werde nicht... uns zu... wiederholen diese Fehler! Sind Sie bereit, zu Ende mit mir? Wie? Will you truly forfeit your right to exist? Impossible! Why would you ever sacrifice yourself for those who have made us suffer? If you desire death so much, then go to him yourself! I have no use for someone who lacks the will to live! The bottle of the Slice by Emerald! Richard! What are you doing? Asbel! Focus! Lambda... Ist... ist das Lambda? Er hat den Richard's Körper verabschiedet und mit den Ellis von den Balkanen. Wenn wir ihn verabschieden, dann wird es alles vorbei sein. Es wird alles vorbei sein. Wenn du mich verabschiedst, was du weiterverteidest? Kein ein klarer Gegner, wirst du einen für dich selbst verabschiedet? Die Menschen sind immer wiederverteidig, im Namen ihrer eigenen Existenz. Du killst innoßte Menschen in deiner pettischen Kriege. Dann sagst du, dass sie schweig sind. Du bist nichts, aber Kinder, verabschiedet von deinem eigenen Entitlement. Und jetzt verabschiedest du für diese Kriege mit deinem Leben! System. Also, die Option könnte ich noch umstellen, wenn ich wollte. So, da wir... Naja... Weiß ich nicht. Sowieso... Kein Gebrauch mehr für ganz Ellef haben. Können wir hier den Lippenden Schaden alpieren. Da brauchte man im Rampf, im Kampf, rasch Ellef. Da können wir einfach mal einsetzen, weil... Ja... Ich hab das Gefühl, wir werden sehr schnell drauf gehen. So, dann nehmen wir noch ein paar Apfelgummi. Einmal kurz hoch. Und ich würde dann einen Schnitt machen. Noch kurz hier im Menü rum eiern. Und gucken, was für Titel ich ausrüste. Wahrscheinlich wer so Titel ausrüsten, die mehr so Bonus geben, weil... Lauflevel sind mir jetzt nicht wert. Zum Beispiel Maxima AKP plus 10. Und das wird jetzt gebracht. 5000, ja... Oder was haben wir noch hier? Maxima AKP, ja... Mach mal Maxima AKP. Was anderes können wir jetzt nicht gebrauchen, ne? Maxima AKP plus 20. Warte mal noch. Ich hab ja noch einige richtig gute. Tilia. Meisterliche Katzen zum Beispiel. So, wir sehen die AP jetzt aus. Viel besser. Wenn ich wahrscheinlich wieder als Teile einsetzen, damit wir... da lebend durchkommen. Und ja... Nicht viel Satzfunk einsetzen. Ja, wir haben 8 Tränke des Lebens. Wir haben 10 Elixiere. Damit können wir auch noch unsere... Leute wiederbeleben. Mal gucken... Was ich alles einsetzen muss, um diesen Kampf zu gewinnen. Ich würde aber sagen... Ich beende den Party und wir sehen uns dann im finalen Kampf im nächsten Part. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage... Tschüss!